Wenn die Pennen, machen die sich Platz. Du musst die relativ schnell erwischen. Ja, und damit willkommen zurück zu Winkmann mit Raph von mir. Oh ja, endlich bin der Nuke. Ich bin schon ganz begeistert. Aber ich wollte es, ich wollte es. Ich auch. Ein Salzlevel haben, weißt du? Ja, wir brauchen immer unser Level, damit wir ins Bett gehen können. So aufgekratzt, ich weiß gar nicht, ob ich Pennen kann. Ja, ich auch nicht. Ich bin überhaupt nicht müde, ey. Eben, weißt du? Mein, 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 mein... Ich bin voll müde und jetzt so... Mein Bauch ist zu Ende. Oh, da wieder. Ja, Alter, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe meine Kreise gedreht. Wie ein Adler. War keine gute Idee, da unten zusammen rauszugehen. Ja, geht. Suboptimal. Hier jetzt oben zum Wind oder... Gucken wir mal, ob es in den Raum geht. Jo. Nice. Einer war Rampe, hat einen Molly auf mich geworfen. Ne, das ist über mir. Ah. Oh, ja. Oh, ja. Ja, dann, äh... Mach ich mal die Tür auf und guck da mal raus. Mal gucken, ob er wieder rüber geht. Er bunny hoppt. Er bunny hoppt da rüber, Alter. Das ist ein kranker Typ. Mad Max. Ja, 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 ja. Nette B-Hops. Bin aber nett. Ich habe Doppelheader von der USP bekommen. Ja, aber ich bin endlich die MP9 los. Das ist doch auch mal... Fest, oder? So? Ich glaube, taktisch gesehen, ist es kriger, wenn du die Bomben benimmst. Ja. Irgendwo bin. Ja. Pass auf, wenn du. Ich habe Klauer. Wo stand er? Äh, Rehling wieder oben. Ich habe absolut keinen Aim. 20 AP oben auf der Rehling, geht zurück zur Ampel. Ne, doch nicht. Ist immer noch da. Ach, komm. Was? 54 in zwei? Was habe ich gemacht? Durch die Fässerverkleidung geschossen, oder was? Boah, gehen die mir... Nee. Nee. Äh... Mach mal Acker. Ich gehe aber hier unten lang. Alter, die... Kleinen Sackraten. Er hockt da einfach und das ist der einfachste Frag in meinem Leben. Aber ich bin absolut... Hab zwei Legende. Hä? Merkwürdig aussieht. Ey, was ist das denn für ein Bug? Komisch, ne? Ja. Ja. Ja, das Spiel ist ja seit zwölf Jahren draußen. Muss man nicht fixen. Ja. Haha. Ja. Ich habe oben. Ja, oben. Okay, ich guck nach unten. Genau. Das genaue Gegenteil machen. Sehr gut. Nimm sie bitte mit. Äh... Ah! Was hältst du dich an? 4-4 Mann! Was ist denn los mit dir? Ja. Ja. Geld geben können? Oh ja. Vorm Window wieder. Nicht ein Hit wieder. Oh fuck, das war keine Situation. Schade. Ich kann den nicht treffen. Die mussten aber auch nebeneinander stehen, ne? Ich muss aber auch nebeneinander stehen, ne? Okay. Pass auf, pass auf. Nacks heißt es. Hast du? Hast du? Hast du? Ach ich hab nichts? Nicht, dass du mir was kaufst. So. Mach jetzt was ganz verrücktes. Ich gehe durchs Window durch und hoffe, dass sie mich nicht dabei erschießen. Ah ok, diesmal steh ich auf der Seite, ja super Aber ich hab ja halt gesehen, was hätte ich machen sollen Das ist ja merkwürdig, man Ist schon hart heute Was sagt ihr dazu? Warum letztes was hoch, willst du ja nur Klicks kriegen, ja richtig Wir machen uns einfach so easy weg, weißt du Wie sie wollen, wie sie wollen Ah ja, der eine ist im Window und der eine ist in der Drawer Warum können die krassen und wir sind sofort down, Mann Halt, du hast den ganzen Elm der letzten 5 Jahre gerade rausgekramt Ja, hab ich echt Was ist da los? Ich muss zugeben, den ersten habe ich noch nicht mal vernünftig gesehen Oh, das ist sogar einer Nein, und der holt mich trotzdem 44 in 3, das gibt's doch nicht Was ist denn so schlecht? Hatte ich denn eigentlich den Arm? Wie geil Alter Schaffe ich glaube ich nicht Da ist sie durch Oh doch, schaffe ich aber es ist richtig knapp ey Holy shit Der hat aber wirklich gespielt, der Sack Ja, der wollte Zeit, ne Er hat gesagt, ey, das ist der Gute von den beiden Da musst du dir jetzt Spielaufzeit, sonst wird das nichts Ich hab dir eine Farmers gelegt Vielen Dank, vielen Dank Leider gerade auch relativ egal, was ich spiele, ich treffe Fuck, Alter, du blickst Okay, bombe down Äh, untere Tür Hat gerade aufgemacht Ah, er ist hochgekommen, hat mich sofort gemacht Puh Ja Oh, soll ich das so sagen Ich hab immerhin viele Kills, ich bin begeistert Ich hatte Angst gerade rauf zu gucken, aber es ging Alter, macht das wunderbar Ich muss unbedingt den linken Eingang nehmen Ich weiß, du gehst da auch gerne hin, aber Ich hab den Platz gemacht Ah, Fenster 53 Down MP 50 Junge, Junge, du hast es wieder gefunden Brauchst du was? Hier Könnt ihr 3-1 Okay Okay 2-1 2-1 1-1 3-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-1 2-1 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 3-2 2-1 2-1 2-2 2-1 3-1 3-3 Uff- 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2 2-1 Vielen Dank.